Mini Countryman gegen Dacia Sandero Stepway. Ein ungleicher Vergleich zwischen zwei Kompakt-SUV. Die ADAC-Motorwelt wagt sich trotzdem daran. Schließlich stellt sich die spannende Frage, schicker Lifestyle-Flitzer oder schlichter Billigheimer? Konkret in Zahlen. Investiert man beim Mini Countryman knapp 30.000 Euro in 150 Diesel-PS oder reicht weniger als die Hälfte für den Dacia Sandero Stepway. In der getesteten, weitaus höheren Ausstattung ist der Mini sogar dreieinhalbmal so teuer wie der Dacia. Der kostet nur 13.400 Euro mit 90 Diesel-PS. Blau sind beide, doch damit sind die Gemeinsamkeiten von Mini Countryman und Dacia Sandero Stepway schon fast erschöpft. Modisch schick gestylt wirkt der Mini rundum. Betont schlicht und zweckmäßig dagegen das Design des Dacia. Der Mini Countryman setzt sich auch im Innenraum mit verspieltem Schick in Szene. Edle Materialien und üppige Ausstattung sollen die modisch orientierte Kundschaft überzeugen. Zahlreiche Gimmicks betonen das Image des Lifestyle-SUV. Der größere Kofferraum des Mini ist leichter zu beladen als beim betont günstigen Rivalen. Im Inneren des Dacia Sandero Stepway herrscht nüchterne Sachlichkeit. Auf vermeintliche Kinkerlitzchen wird verzichtet. Luxus erschöpft sich in Touchscreen, Klimaanlage und Zentralverriegelung. Die Verarbeitung ist allerdings mäßig. Der Rest ist pures Fahren mit leicht erhöhter Sitzposition. SUV-Feeling zum Sonderpreis. Der Mini Countryman Diesel ist vom Fahrverhalten her über jeden Zweifel erhaben. Auch in puncto Sicherheit erringt er die volle Punktzahl beim ADAC-Vergleichstest. Der Dacia Sandero Stepway Diesel ist etwas sparsamer als der Mini, was bei 60 PS weniger Leistung auch nicht verwundert. Beim ADAC-Eco-Test missfallen am Dacia allerdings extrem erhöhte Stickoxid-Werte. Fans kompakter SUV haben die Wahl. Der Mini Countryman ist die stylische Luxusvariante eines Allrounders. Wer sich knapp 30.000, mit viel Ausstattung fast 50.000 Euro leisten kann, wird mit Lifestyle, Sicherheit und Komfort verwöhnt. Nach ADAC-Noten ist der Mini das klar bessere Auto. Dacia Sandero Stepway heißt vielleicht dennoch die Wahl, wenn für weit weniger Geld das Allernötigste genügt.